Das war der erste Jeschiebe, die wir gewusst haben, als erweckt sich in der Epidemiah und der Kind zu gewöhnen. In Späten war das Kaffeln in Tel Aviv, in Tel Aviv, in Tel Aviv, und ich sagte, ich habe mir dann die Pappuiden dort, ich trinke mit einem Schaim, ich mache mich nicht, ich mache mich nicht, ich mache mich nicht. In Späten hat man sich auf den Tag noch eine Schaumme, weiß ich, was es ist. In der Hand kommt es hier auf jeden Ort, da läuft es immer in der Hand gefeiert, in jeder Pinde, in der Rade mit ihm, in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt. Noch erterkehrt, Gott, man kann nicht ausrechnen, wie man mich hoch in den Mädchen, der nicht die gut, ob man sich gern durchs Heffen. Insämlich gewöhnt, wenn man sich keinen Mögen schützen kann. Man darf sich nicht schon lange lernen, man darf sich nicht schon lange in der Jüdigkeit. Und da ist nicht ein größer Gewörter. Man braucht sich nicht nur etwas変er, man darf sich nur ein bisschen mehr aus, aber ein bisschen weiterzugehen. Und da ist ja ein welches Wurder. Das ist sowieso etwas, das ist ein bisschen nicht mehr in der Stadt, die Unterricht und der Gäste. Das ist ein sehr schwerer Musiker, die Menschen, der in der Schulter, der in der Stadt, der in der Stadt, der in der Stadt, der in der Stadt, der in die Stadt, der in der Stadt, der in der Stadt. Der Bezuch hudam l'das des Vosemes Leikzi gamm b'eis rutsen, shi mitzad atzmo m'ichan l'kolchet v'oom, rak b'eser sa shem yisburech. Du schaitn l'hymua, kudish bruch hoizelo, jitzschul miskabelo, indusit e tatsch l'man tzizkir, shi tziz mitzrayim kolyi ma'ichayechu l'rabbizmo sam'shiach. Ha'file b'eis toibu, shayya, zahore, schoyle, et afapiken, yiske, shi mitzad atzmo, k'wahoibbizmhaeim l'lachof. Die alte jiden gedenken, ame gemeint, fau 50 ua zre, k'hut mich irren, shchimi wietzah alten jidischkei. In B'och-shem 3 b'eis dat gehofen, sasih kimi dores, sasih kimi dores, sasih kimi dores, sasih kimi dores.